liebe freunde des gepflegten lockdowns ich habe heute heute ist der 12 januar 2021 mich daran erinnert dass ich anfang april und zwar genau gesagt am 5 april 2020 das ist also jetzt gute neun monate her vier videos aufgenommen habe die werde ich in der beschreibung auch verlinken und zwar ging es los mit ich sag mal meine meinung zu corona es wurden dann wie gesagt vier videos weil ich sie nicht zu lang machen wollte so will ich es auch jetzt halten und ja ich muss sagen ich habe wenig zurückzunehmen bzw zu korrigieren was ich damals gesagt habe ich habe die bundesregierung hart kritisiert und ja nahezu sämtliche minister ich habe die eierlosen hacke zusammen hacken zusammenschlagenden parlamente kritisiert ich habe die haltungsjournalisten kritisiert ich habe die wirtschaftsförderung oder die wirtschaftshilfen teilweise kritisiert nicht die empfänger sondern diejenigen die die wirtschaftshilfen verteilen und ich habe diejenigen kritisiert die sich als trittbrettfahrer betätigen und sich auf den corona zug schwingen um ihr schärflein abzubekommen jetzt sind also neun monate vergangen ich habe wenig bis nichts zurückzunehmen von dem und jetzt möchte ich euch mal ein paar updates geben gestern erhielt ich als pressefuzzi eine mail über den presseverteiler wo es um die corona schutzimpfung geht und zwar ich lese vom laptop ab beratungsstellen informieren und beraten seniorinnen und senioren zur corona schutzimpfung und da muss ich also nicht weit nach unten gehen um zu lesen zitat um die abläufe in den impfzentren zu beschleunigen ist es hilfreich vorab vorab einen aufklärungsbogen durchzulesen und einen anderen anamnesebogen sowie eine einverständnis erklärung auszufüllen weil dieser impfstoff von biontech so mit samthandschuhen anzufassen ist er muss bei minus 70 grad gelagert werden und so weiter und sofort muss man das ganze in impfzentren verschieben in diesen impfzentren ist logischerweise oder fast logischerweise der hausarzt nicht dort der dich gut kennt als patienten der sagt ob du eventuell eine allergie hast was eine sogenannte kontraindiktion ist für eine impfung also wer eine allergie hat muss besonders aufpassen ob er sich impfen lässt gegen was auch immer weil es dort zu nebenwirkungen kommen kann und so weiter also man hat impfzentren erfunden wirklich erfunden um die menschen von ihren hausärzten wegzubringen und jetzt sollen also die seniorinnen und senioren im vorfeld den aufklärungsbogen durchlesen und einen anamnesebogen selber ausfüllen und eine einverständniserklärung ausfüllen da steht zwar nicht dass man schon unterschreiben soll aber ja entschuldigung wenn da unten entfällt ist wo steht unterschrift datum dann würde ich behaupten die meisten menschen nicht nur senioren füllen das aus hier wird also das arzt patienten verhältnis sowas von durch die mangel gedreht es ist eigentlich gar nicht vorhanden weil man den arzt der ender pieksen soll ja gar nicht kennt diese ärzte kriegen pro stunde was habe ich gehört 120 oder sogar 150 euro und die hilfskräfte die kriegen 50 euro da werden also massenhaft menschen mit viel geld bestochen um andere menschen zu impfen und zwar in aller regel gesunde menschen nur wer gesund ist darf überhaupt geimpft werden das ist ein eingriff in die körperliche unversehrtheit und das geht nur mit der einverständniserklärung und jetzt geht man also an die alten und an die schwachen ran teilweise demente menschen man hat am 27 dezember angefangen bzw wollte anfangen dort sind die hausärzte im zweifelsfall im urlaub es sind die weihnachtsfeiertage es ist meiner meinung nach eine überrumpelungsaktion wo mit den ältesten und den schwächsten angefangen wird es ist eine entsolidarisierung die mit viel geld unter anderem von ärzten erkauft wird und von pflegekräften es ist der wahnsinn heute hat markus söder manche nennen ihn auch södolf und ich kann inzwischen verstehen warum der hat gestern noch gesagt sie hätten langsam eine übersicht über die daten nach den feiertagen und heute kommt er also angeschissen und will die menschen in bayern dazu zwingen dass sie im öPNV also im nahverkehr und in geschäften eine ffp2 maske tragen das sind also masken die normalerweise im krankenhaus getragen werden soviel ich weiß sind es nicht die mit den luftlöchern hier an der seite sondern es sind schon noch normale masken aber sie sollen sehr wirksam gegen vor allem bakterien aber eben auch gegen viren sein bakterien sind also viel größer viren sind ganz klein und ich war kürzlich zum besuch bei einer freundin b nenn ich sie abkürzen b und die hat mir die masken gezeigt die sie für ihren freund nachbarn in der apotheke bekommen hat und sie war also der meinung sie hätte dort ffp2 masken bekommen wofür die apotheker mit sechs euro entschädigt werden im einkauf kosten die dinger glaube ich in euro die apotheker kriegen vom start sechs euro und was stand auf der maske drauf kn95 sie war also der überzeugung sie hätte dort ffp2 masken bekommen bekommen hat sie kn95 ich würde es mal als 08 15 maske bezeichnen nichts besonders gutes ich glaube sie waren aus china es stand keine belehrung oder irgendwas drauf es war eine packung ohne irgendwelche großen hinweise eigentlich gar keine hinweise und jetzt will also der marcus söder der gestern noch behauptet hat oder vielleicht sogar heute noch gestern dass sie die lage langsam eine übersicht bekommen und heute ffp2 masken neuer gesundheitsminister die ehemalige bayerische gesundheitsministerin hat er jetzt in die staatskanzlei geholt die hat also nicht fallen lassen obwohl man ihr durchaus komplett versagen vorwerfen könnte wenn man böse wäre wenn man zur corona raf gehören würde oder zu den querdenkern oder nazis oder antisemiten es ist eigentlich alles das gleiche wir sind ein volk ein volk von corona leugnern wir lassen uns nicht impfen und dann muss der söderlf halt die impfpflicht einführen zusammen mit unserer geliebten gottkanzlerin angela merkel dem nostradamus der gegenwart karl klabauterbach dem doktor osten nicht doktor drosten sondern doktor osten weil sein doktortitel führt er mit großer sicherheit seit 17 jahren ungerechtfertigt er hat eine professur an der charité in berlin ohne habilitiert zu haben er hat diesen lehrstuhl von der familie quant bmw großaktionäre finanziert bekommen oder kriegt ihn immer noch von denen finanziert dann haben wir noch ein tierarzt im spiel den herrn wieler der ist glaube ich tatsächlich doktor und hat kürzlich verlauten lassen dass er nicht weiß was der impfstoff der bald kommt helfen wird wie er wirkt ob er wirkt aber er sich sehr sicher oder war sich sehr sicher dass es ein impfstoff geben wird egal wie der wirkt wumpe egal so zurück zur pressemitteilung der landeshauptstadt also senioren sollen dazu gebracht werden ein aufklärungsbogen durchzulesen an amnesebogen und eine einverständniserklärung auszufüllen weil das die abläufe in den impfzentren beschleunigen würde uns wird leider nicht konkret verraten wie viele menschen tatsächlich sich am impfen lassen in dresden das kommt vielleicht irgendwann in den nächsten tagen raus weiß ich nicht aber die impfbereitschaft in deutschland scheint sehr gering zu sein vor allem auch und vor allem unter pflegekräften so und jetzt zum abschluss damit ich unter zehn minuten bleibe meine geliebte geliebte corona statistik die ich seit 7 märz führe und zwar nahezu täglich wir haben also inzwischen 18.205 positive tests in dresden darunter sind auch viele tests aus städtischen krankenhäusern dort hat man mir auf presseanfrage vor ungefähr einem monat mitgeteilt es werden seit april 20.000 oder 25.000 tests gemacht worden in städtischen kliniken darunter natürlich auch das personal und darunter ziemlich sicher auch mehrfach testung das heißt wenn man mal davon ausgeht dass jeder mensch nur einmal getestet wurde bei 18.205 positiven tests dann entspricht das 3,24 prozent der dresdner bevölkerung und ich habe da ein paar formeln eingebaut ich werde die tabelle auch unten verlinken in der video beschreibung dass bei der dynamik wie jetzt im januar 2021 es noch sieben jahre dauern würde das ist nur eine theoretische zahlen statistische zahl sieben jahre würde es dauern bis jeder dresdner einmal positiv getestet worden wäre das natürlich relativ unrealistisch es handelt sich bei dem corona virus soll es überschreite ich die zehn minuten marke es handelt sich bei dem corona virus um ein sogenanntes rna virus der große unterschied zu einem dna virus ist der große unterschied zu einem dna virus ist dass ein rna virus nur einen strang hat und ein dna virus hat zwei stränge doppel helix struktur wenn ich mich recht entsinne wurde in den 60er jahren entdeckt gab es bestimmten nobelpreis für uns diese dna ist in der lage mutationen zu korrigieren weil das abbild auf der anderen auf dem anderen strang von der doppel helix eben noch mal da ist und so werden fehler raus korrigiert und somit mutiert dna wesentlich weniger als rna das heißt rna-viren unterliegen einer mutation das heißt die viren passen sich an oder sie sterben aus wenn also zu viele menschen immun sind gegen ein virus und es sich nicht weiter verbreiten kann dann gibt es das virus einfach nicht mehr und eventuell lebt noch eine mutation fort so wie jetzt in großbritannien mit alarmismus verbreitet wird die wäre wesentlich ansteckender und hö und ho bin kein virologe muss nie wissen punkt ist ein virus mutiert ob rna oder dna es mutiert und wenn es jetzt also noch nach der dynamik im januar 2021 sieben jahre dauern würde bis sämtliche dresdner mal einen positiven test gemacht haben dann ist es ein guter anhaltspunkt wie lange wollt ihr eigentlich die menschen noch in gefangenschaft halten unglaublich nächste zahl auch ins verhältnis gesetzt wie gesagt die tabelle verlinke ich ich habe geguckt jeden tag fast jeden tag es war nie mehr als ein prozent der dresdner bevölkerung gleichzeitig positiv getestet nie mehr es waren in aller regel sogar über 99,5 im moment und es sind nur statistische angaben weil die genesenen nur geschätzt werden können es wird angenommen jemand der nicht ins krankenhaus kam ist nach 14 tagen wieder genesen jemand der ins krankenhaus kam ist nach 30 tagen wieder genesen so sie nicht gestorben sind und unter der annahme sind im moment 99,43 prozent der dresdner nicht positiv getestet was sagt meine statistik noch die sagt dass seit 17 märz da nee seit ersten märz hier in der statistik am 7 märz begann die stadt corona statistik sind rund 5200 menschen in dresden verstorben die zahl ist relativ korrekt nicht perfekt aber sehr nah dran mit einem schnitt von 16,6 todesfällen pro tag in dresden und davon sind 335 an oder mit dem corona virus verstorben das entspricht einem anteil von 6,5 prozent an allen verstorbenen seit dem ersten märz und dazu muss man wissen ich hatte im sommer mal angefragt im dezember noch mal da hat man es mir nicht mehr beantwortet ich wollte von der stadt wissen wie viele obduktionen gab es denn im sommer waren es ich glaube im august zwei obduktionen bei seiner zeit zehn sterbefällen im zusammenhang mit dem corona virus im dezember habe ich wieder angefragt antwort wenden sie sich wegen der obduktion bitte an die einzelnen krankenhäuser ich habe keinen presseausweis werde aber von der stadt zumindest halbwegs als pressefuzi anerkannt also wollte ich wissen naja dann sagt mir doch einfach mal wie viel obduktion des dresdner gesundheitsamt angeordnet hat das lässt das infektionsschutzgesetz artikel habe ich gerade nicht auf dem schirm 11 oder 25 artikel 25 ist es glaube ich paragraf 25 artikel sind im grundgesetz lässt ausdrücklich zu dass das gesundheitsamt obduktionen anordnen darf jetzt sind wir nicht mehr bei zehn toten sondern bei 335 toten die in den zusammenhang mit corona beziehungsweise covid 19 gebracht werden ich habe bis zum heutigen tag immer noch keine antwort auf meine presseanfrage von vor weihnachten bekommen die stadt mauert also ich finde dass es auch eine ansage nicht beantwortung von presseanfragen wir werden sehen was die stadtverwaltung davon hat dass sie meine presseanfragen nicht oder nur sehr unzureichend beantwortet dann gehen eben andere leute in die spur die etwas mehr gehör bei der stadtverwaltung finden ich freue mich schon drauf hiermit liebe grüße an den kai und an den karl seid gegrüßt ihr zwei so was haben wir noch für eine schöne zahl die korona pandemie da war wieder die handy halterung lose das ist alles live und umgeschnitten 311 tage ist diese pandemie laut statistik alt und in der gleichen zeit wurden 1202 menschen in dresden mit einem positiven test auf sars kopf 2 ins krankenhaus eingewiesen ja bei 20 minuten mache ich stopp nun muss man wissen dass jeder der ins krankenhaus kommt und aufgenommen werden sollen pcr test machen muss man kann also nicht sicher sagen ob derjenige oder diejenige bereits korona hatte oder erst bei der aufnahme durch pcr test corona festgestellt wurde wie man so schön sagt was sagt uns die zahl 311 zu 1202 jeden tag durchschnittlich vier einweisungen ins krankenhaus und da muss ich noch mal in meiner tabelle blättern ich habe das mal seit dem 12 2.12 aufgeführt wie viele menschen ins krankenhaus kamen wie viele gestorben sind in dem gleichen zeitraum das hat miteinander direkt nichts zu tun weil die meisten sterbefälle auch dazu hat mir die stadt keine antwort gegeben finden wohl in alten und pflegeheimen statt also im zeitraum zweiter dezember 2020 bis 12 1 20 21 das sind also ungefähr fünf wochen sind 881 menschen in dresden ins krankenhaus eingewiesen worden in der gleichen zeit sind 268 menschen verstorben und wenn man die 268 mal drei nimmt dann landet man ungefähr bei 810 also grob ein drittel und das kann man nur bedingt ins verhältnis setzen 881 einweisung ins krankenhaus 268 tote entspricht einem drittel hat aber nicht direkt miteinander zu tun weil ja wie gesagt viele menschen in alten und pflegeheimen versterben so jetzt gucke ich mal was ich hier noch rauslesen kann aus der statistik 3,24 prozent aller dresdner wurden bisher positiv getestet das hatte ich ganz am anfang jetzt gehe ich auf mein anderes tabellenblatt und da ist aufgeführt wo denn die infizierten oder in welchen altersgruppen die infizierten und die verstorbenen denn liegen ich kann euch sagen es gab zwei todesfälle im zusammenhang mit kovid 19 im alter von 35 bis 59 es gab 78 todesfälle in der altersgruppe 60 bis 79 und es gab 246 todesfälle oder sterbefälle in der altersgruppe 80 plus ich habe die entsprechenden anteile ausgerechnet tabelle wie gesagt wird unten verlinkt und jetzt noch eine zahl die ich für recht wichtig halte 0,06 prozent aller dresdner sind im zusammenhang mit kovid 19 verstorben also gesamtbevölkerung rund 560.000 sterbefälle 326 ins verhältnis gesetzt 0,06 prozent der dresdner bevölkerung und dazu muss man wissen es stirbt rund ein prozent der bevölkerung in dresden in sachsen in deutschland der welt jedes jahr rund ein prozent der bevölkerung verstirbt jedes jahr das ist ein fakt seit jahren es schwankt ein bisschen aber ein prozent und ins verhältnis gesetzt dazu 0,06 prozent der dresdner bevölkerung ist an oder mit dem coronavirus verstorben dafür wird die komplette wirtschaft vor die wand gefahren amazon twitter facebook online händler whatever freuen sich gerade den wolf irgendwelche gastronomie ketten die genug cashflow haben freuen sich auch ein wolf es wird haufenweise gastronomie hotellerie einzelhandel kaputt gehen und die großen internetkonzerne werden sich freuen die scherben aufzusammeln die geschäftsanteile aufzusaugen und in richtung oligopol beziehungsweise sogar teilweise monopol davon zu galoppieren jeff bezos hat sein vermögen in aktien von amazon ich glaube um 50 prozent gesteigert kürzlich hat ihn wohl elon musk der chef von tesla überholt dazu muss man noch wissen tesla hat glaube ich bis jetzt in einem wenn ich vielleicht in zwei quartalen seit gründung überhaupt mal gewinne gemacht in ein oder zwei quartalen seit firmengründung überhaupt gewinne gemacht und dieser mensch galoppiert mit seinem vermögen jetzt an jeff bezos von amazon vorbei hier ist eine riesengroße ich sage es bewusst verschwörung im gange zwischen meiner meinung nach der chinesischen staatspartei der kp chinas den großen internetkonzern und einigen wenigen super mega reichen der welt die uns in eine kommunistische diktatur mit kapitalistischem anstrich führen wollen uns in bge geben sollen und dann gibt es sozial credits und wer sich wohl verhält der darf sich noch frei bewegen der darf noch reisen der darf noch auto fahren oder ein auto besitzen das ist das horrorszenario was nicht zwangsläufig kommen muss aber auf jeden fall in meinen augen nicht mehr ausgeschlossen ist und und corona war nur der hebel corona was man mit einer schweren grippe mit einem schweren grippe verlauf übers jahr vergleichen kann nicht gleichsetzen aber vergleichen wird genutzt um die komplette welt unters joch von einigen wenigen reichen zu bringen das ist meine persönliche verschwörungstheorie und meinungsfreiheit here we are man darf das noch sagen oder ich denke schon verliert nicht den humor lasst euch nicht spalten abonniert meinen kanal und wenn ihr mich unterstützen wollt könnt ihr das über paypal tun wird auch unten verlinkt ich danke euch für die aufmerksamkeit 21 minuten entschuldigung dass es so lang geworden ist 40